so meine lieben freunde wo wir jetzt sind ist guitar hero 3 und ihr seht hier habe ich irgendwann mal weg getan ein song fehlt mir tatsächlich noch zu profi ja sorry welcher ist das den werde ich gewiss nicht schaffen ja das mein gott ach die gitarren schlacht gegen lu ja steht aber auch die hatte ich mal gewonnen aber nicht in diesem spiel stand tatsächlich noch nicht die werde ich jetzt auch nicht anfangen das ist das blödsinn die jetzt anzufangen ich dein number of the beast voll geiler sorgen alter schwede kalt auf personality nights of cedonia auch nicht übel ziemlich schwer aber echt so ich gehe mal auf die bonus songs ihr kennt ihn fire and flames nicht geschafft immer an irgendeiner komischen stelle hinten geht es einfach raus der anfang alleine ist schon so schwer dem steg ist live ich habe ja eigentlich gar nicht mehr gespielt bei spielstand einmal spielstand weg und dann ist es passiert im palz von ein endless sporadic zwei kerle die sich übers internet zusammenrauben und wieder basteln ja nicht schlecht herr kommt das hier kommt alex ja hier die dinger die habe ich natürlich fcp remix ja noch mal so dann gehen wir mal hier raus ich möchte tschuldigung ich wollte aus dem bonus und ausmustig zeitliste nein nein zurück zurück soll jetzt bin ich bei der downloads ich habe ich habe tatsächlich ach ich habe downloads revolution dragon vor acht gottchen die ganzen grecken forst dinger dresde ab metallica ja was gibt es denn hier tatsächlich das ist wirklich nur metallica und die ganzen scheiße und die man auf gelb und jetzt gehen wir rückwärts auf ein lied was richtig schön sein wagen gitarren schlag gegen sehr klar look you like a hurricane habe ich schon präsentiert tatsächlich hier habe ich schon die klang ich oder mit dem mensch ist die lange rede kurzer sinn jetzt sind wir schon so lange hier das ist doch kacke der ich bricht die auf das ist jetzt nämlich jetzt ist zu spät trautes heim iron maiden allein das ist für dich misststück hat denn es stimmt scheinbar oh Hätte besser sein, könnte anfangen. Ach, was soll's. Es wird jetzt noch schwierig genug. Rhythmus halten, Baby, Aramaden. Eigentlich ist der Rhythmus recht einfach zu halten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja.